Weißt du, wer morgen Geburtstag hat? Ja! Wer? Baba! Baba! Und weißt du schon, was du Baba schenkst? Ja! Ein guter Doktor und Leute! Hallo Jindawi! Eine neue Woche beginnt! Imani, zeig mal dein wunderschönes Outfit! Und zeig mal deine Tasche! Und was ist in der Tasche drinne? Ein Ball! Ein Ball? Wohin gehen wir denn? Go! Gehen wir jetzt zu Baba Go? Ja, ja, ja! Here we go! Welches Lied wollen wir singen? Wo wir tun es! I like to move it, move it! Yeah, I like to move it! I like to move it, move it! Nein! Imani, so macht man das nicht! Ich zeig dir, wie das geht! Guck! Man legt den Ball hier hin und dann schießt man aufs Tor! Guck! Eins, zwei, bop! Jetzt ist Imani dran! Schieß aufs Tor! Eins, zwei, bop! Oh no! 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 Kom, 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 kom! Oh my god, guck mal wer da ist! Warte! Da, da! Da! Da, da! Es ist kalt. Sehr kalt. Training ist schon vorbei, Luisa. Ich weiß. Wir haben es verpasst, leider. Ihr müsst das nächste Mal früher kommen. Wir gehen jetzt was leckeres essen. Was willst du essen? Sushi. Was noch? Okay, bestellen wir. Kannst du eigentlich mit Stäbchen essen? Nein. Nicht kannst du die Stäbchen essen. Kannst du mit Stäbchen essen? Du hast es nicht verstanden. Guck mal, ich zeige dir, wie man mit Stäbchen isst. Hey, der Mama. Heiß. Hey, weg. Imani, was machen wir jetzt? Kuchen backen für Baba. Kuchen backen für Baba? Ja. Okay. Baba hat morgen Happy Birthday. Baba hat morgen Happy Birthday? Ja. Weißt du, was wir für einen Kuchen machen? Ja. Was denn? Ja. Ja, warum? Weil Baba liebt Schokolade. Leute, ne, der liebt Schokoladenkuchen. Und deswegen machen wir jetzt einen. Ich würde sagen, let's go, damit wir keine Zeit verlieren. Let's go. Let's go. Okay, Mann. Backofen auf 190 Grad vorheizen. Für Baba. Für Baba. Richtig. Ich gebe Check. Guck mal, das brauchen wir einmal. Und dann brauchen wir noch... Backpapier. Hallo, Baba. Ja, das ist für Baba. Warte ganz kurz, okay? Ja. Was ist das? Guck mal hier und du musst dann gleich Stopp sagen, okay? Wow, was ist das? Ja. Du kannst ein bisschen Backkohl reinlegen, okay? Yeah, yeah, yeah. Backpulver. Super. Und Stopp, Mama. Jetzt brauchen wir Vanille. Du kannst auch Vanille reinmachen, okay? Zu. Fertig. Imani, willst du schon mal probieren? Juhu. Lecker. Okay, Leute, wenn Imani sagt, dass es lecker ist. Mama, was ist das? Ja, das wird ein Kuchen eigentlich. Für Baba. Ja, für Baba. Für Baba. Ich sehe Hunger. Hat Baba sehr Hunger? Ah. Aber das ist für morgen, für seinen Geburtstag. Happy Birthday, Baba. Happy Birthday, Baba. Imani muss schlafen. Deswegen geht sie jetzt erstmal baden. Ja. Die Zähne putzen. Ihr Zähne putzen. Zähne putzen. Ihr Hände waschen. Ned ist wieder zu Hause. Imani ist gebadet. Und der Kuchen ist im Kühlschrank. Happy Birthday, Baba. Imani, ich habe noch nicht Geburtstag. Erst ab 0 Uhr. Also morgen. Ja, für dich. Schokolade für mich? Ja. Oh mein Gott, danke schön. Anna, hi. Was sagt sie? Ich glaube, Inti, du hast es gemacht. Imani hat es gemacht. Ja, für dich. Oh Mann. Ja, für mich. Hey. Was soll das, Imani? Imani, so geht der Schrank kaputt. Nicht machen, okay? Wie erklären wir jetzt deine Tochter, dass sie damit aufhören soll? Das Monster kommt jetzt. Nicht nochmal machen, okay? Wir wollen doch nicht wegen dir vom Monster gefressen werden, oder? Ja. Wohin? Im Kuchen. Geh nicht zum Kuchen. Weil wegen dir, weil du so gemacht hast, bum bum bum, ist da ein Monster gekommen. Oh no. Hey, what? Happy Birthday. Baba. Ich habe noch nicht Geburtstag. Weißt du, wann ich Geburtstag habe? Ja. Wann? Morgen. Morgen. Was willst du mit der Kamera? Oh no. Was ist los? Akku leer. Nein, Akku ist nicht leer. Akku nicht leer. Genau, Akku nicht leer. Happy Birthday to you. Wie schön, dass du geboren bist. Imani will das selber singen. Do that, do. Und, and, 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 and. Ich geburt. Imani, weißt du, was mein größtes Geschenk ist? Ja. Mein größtes, mein allergrößtes Geschenk? Dass du da bist. Verstehst du das? Ja. Hey, was machst du da in meiner Tasche? Ich hab'n das. Was hast du gefunden? Ich hab'n Baba. Und das? Karte. Ey, sie kann voll gut reden. Ey, Imani, warum kannst du so gut reden? Einfach so. Einfach so? Ja. Aber was kannst du am besten? Englisch, Arabisch, Deutsch? Arabisch. Das wird jetzt den ganzen Abend so gehen. Weißt du, was Nachbarn sind? Ja. Weißt du, wo die sind? Ja. Wo denn? Bei Hause. Ja, die wohnen unter uns und über uns und neben uns. Deswegen müssen wir immer... Leise sein. Genau, leise sein, okay? I'm going to... I'm going to... I'm going to... Imani, Baba hat Geburtstag. Danke, Mama. Imani, du brauchst doch dich nicht zu bedanken. Müssen jetzt zu Baba reingehen und Happy Birthday singen. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday. Danke schön. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday. So Leute, ich habe schon ein Geschenk, aber Imani hat noch kein Geschenk. Was will zu Baba kaufen? Ballons, Tummies. Imani will unbedingt Baba Ballons und Flummis schenken. Ja, Ballons, Tummies. Und dann, wenn wir das Geschenk haben, gehen wir zu Babas Spiel. Ja. Okay, let's go. Stütter. Okay, Imani, wo gibt es Flummis? In den Siegsi. Wo siehst du die Flummis? Da hinten, wo ich, Flummis. Wir haben einen Ballon und jetzt fahren wir zu Babas Spiel. Ich freue mich. Imani, wo ist dein Trikot? In der da hinten. Haben wir das vergessen? Ja. Bist du traurig? Oh no, Trikot. Imani, sei nicht traurig. Sei nicht traurig, weil ich das Trikot dabei habe. Yes. Von wer? Okay, Leute, wir sind jetzt da. Ich bin Baba Training. Nein, Imani, nicht Baba Training. Baba hat ein richtiges Spiel. Okay, Leute, Imani denkt, das ist Training, aber das ist ein Spiel. Der Nada kommt jetzt rein ins Spiel. Imani muss jetzt nach Hause, deswegen will sie dir schnell noch ein Geschenk geben. Okay. Imani, was hast du denn für mich? Ey, hattet ihr vorher nicht noch einen Ballon dabei? Ich habe euch gesehen, als ich auf dem Platz war. Ihr hattet einen blauen Ballon dabei, oder? Imani, was ist mit dem Ballon passiert? Oben. Weggeflogen, Baba. Weggeflogen? Ja, ich kann hier der Neue. Wir kaufen einen Neuen. Baba, ich tata. Dankeschön. Happy Birthday, Baba. Das ist... Wow. Dankeschön. Was ist das denn? Raya, das sieht aus wie so ein Hundespielzeug. Ist es ein Hundespielzeug? Nein. Ist ja richtig schön. Dankeschön. Imani ist jetzt nach Hause gefahren, weil es war so kalt. Sie hat mein Auto genommen, sie ist alleine nach Hause gefahren. Mein Auto ist weg. Jetzt habe ich ihr gesagt, lass ein Taxi bestellen, damit wir hier wegkommen. Sie sagt, nein, ich darf nicht. Warum darf ich kein Taxi bestellen? Nader. Egal, was du jetzt sagst. Ich finde es auch nicht so witzig, weil meine Haare sind nass. Und ich hatte gerade Spiel und ich will nicht krank werden. Okay, Nader. Ich finde es auch nicht so witzig, aber es läuft halt gerade nicht so wie geplant. Du musst jetzt gleich irgendwo warten. Und ich komme dann wieder. Und du darfst nicht mitkommen. Ich muss hier ganz kurz rangehen. Hallo? Ja, okay. Ja, okay. Ich komme. Warte jetzt genau hier. Ich bin gleich wieder da. Wo bist du jetzt? Immer noch an der Ecke. Du bist an der Ecke. Okay, ich komme. Sag mir nicht, du fährst. Ich fahre. Nein. Ich weiß nicht, wie ich jetzt gefahren bin, aber wir müssen jetzt ganz schnell wechseln. Wir gehen jetzt auf. Mach mal auf hier. Luisa, ja. Oh nein, Nader. Du musst fahren. Leute, Nader hat mich immer abgeholt mit den krassen Autos. Jetzt bin ich dran. Jetzt komme ich Nader ab voll mit dem krassen Auto. Jetzt, wie fahren wir jetzt los? Du bist doch verrückt. Sie ist einfach Lambo gefahren, bevor ich Lambo gefahren bin. Und ich habe meinen Führerschein schon seit acht Jahren. Wie krass sieht der aus? Jalla, ich fahre das erste Mal in meinem Leben Lamborghini. Let's go. Nader, oh mein Gott, das ist so schlimm. Ey, Nader, wie krass ist dieses Auto? No. Voilà, danke, macht Spaß. Macht wirklich Spaß. Aber du bist mehr als ein Lamborghini. Eins, zwei, drei. Wollen wir essen? Ja. Taste test, voll eins bis zehn. Ehrliche Meinung. Und wenn wir nicht gestorben sind, dann leben wir noch heute. Seid eingeschlafen. Eber.